Oh, wir haben wir heute. Mar und Franz. Hallo. Hola, chicas. Hola, Mariona. Wie geht's dir und wie geht's, der süßen Mar? Mar mag das Handy nicht. No le gusta, eh, el Móvil a esta Niña. Pequeña. Guapa, Mar. So ein süßes Podenkaschen. Mar. Ups. Miau. Guapa. Sie ist ganz brav, ganz verträglich. Und sie sucht eine tolle Familie, die Mar. Ja, potstira Mariona. Amelia kam ihn an. Und sie läuft primande alleine. Eine tolle Podenkashündin ist die Mar.